Hallo und herzlich willkommen auch in der neuen Woche zu einer neuen Ausgabe des Trading Tipp von der Aktionär TV. Heute unser Trading Tipp des Tages Osram. Wie kommen wir auf Osram? Man sieht es ja hier, es ist eigentlich in diesem Jahr bis jetzt kein Grund zur Freude gewesen, die Kursentwicklung von Osram. Schwache Zahlen, auch eine drastische Gewinnwarnung hat den Kurs unter Druck gebracht. Doch jetzt hat sich die Situation wieder geändert. Der Grund für die Gewinnwarnung war vor allem der steige Euro. Wie Sie bestimmt mitbekommen haben, in den vergangenen Wochen hat der Euro wieder deutlich nachgegeben. Davon profitiert Osram deutlich. Man sieht es auch bereits am Chartbild hier. Der Ausbruch wieder über 54 Euro, 55 Euro steht kurz bevor. Dann wäre der Weg nach oben frei erstmal im Bereich 58 Euro, 60 Euro. Bis hierhin sollte es zeitnah gehen, denn operativ ist das Geschäft relativ gut von Osram. Vor allem im Bereich, die Entwicklungen in der Automobilbranche machen sich hier bezahlt. Mit den LED-Chips, die sogenannte Optosparte, ist Osram vor allem für das autonome Fahren sehr gut positioniert. Auch sonst die Entwicklungen, zum Beispiel Sensoren fürs Fahren bei Regen, fürs Rückwärtsfahren. Hier ist Osram richtig gut dabei. Auch die Standardsparte, das Speciality Lighting. Das sind zum Beispiel die Lichter von Autos. Hier wird es immer wichtiger, hier kommen immer hochwertigere LED- und OLED-Chips werden hier verwendet. Und das zahlt sich aus. Gute Wachstumsraten, lukrative Margen. Und wenn jetzt der Euro wieder mitspielt, sollte es bei Osram auch in die richtige Richtung gehen. Um davon zu profitieren, haben wir wieder ein geeignetes Hebelprodukt für Sie. Unser Faktor-Partner Morgan Stanley hat hier einen Faktor Long mit Faktor 3. Kurs aktuell 6,43 Euro. Sollte das Szenario auch vom Chartbild aufgehen, sind hier durchaus Gewinne möglich bis in den Bereich 8,50 Euro. Um vor erneuten Rückschlägen, falls der Euro doch wieder zulegt, gesichert zu sein, sollte ein Stopp im Bereich 5,50 Euro gesetzt werden. Und dann sollten Sie hier zum Wochenstart richtig gut positioniert sein. Wir sind für heute am Ende und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder.